Der Ring der Kraft, das Flüstern des Nagual. Als wir uns den Eukalyptusbäumen näherten, sah ich Don Gennaro auf einem Baumstumpf sitzen. Er winkte uns zu und lachte. Dann waren wir bei ihm. In den Bäumen hockte ein Schwarm Krähen. Sie krächzten, als ob etwas sie beängstigte. Don Gennaro sagte, wir müssen reglos und still sitzen bleiben, bis die Krähen sich beruhigt hätten. Don Juan lehnte sich mit dem Rücken gegen einen Baum und forderte mich auf, es ihm gleich zu tun. An einem Baum, etwa zwei Meter zu seiner linken. So standen wir beide, Don Gennaro gegenüber, der ungefähr drei bis vier Meter vor uns stand. Mit einem fast unmerklichen Augenwink bedeutete Don Juan mir, ich solle meine Füße in eine andere Lage bringen. Er stand mit leicht gespreizten Beinen fest am Boden und berührte den Baumstamm nur mit dem oberen Teil seiner Schulterblätter und mit dem Hinterkopf. Seine Arme hingen seitlich herab. So standen wir etwa eine Stunde. Ich gab scharf Acht auf die beiden, besonders auf Don Juan. In einem bestimmten Augenblick glitt er langsam am Baumstamm hinunter und setzte sich, wobei die gleichen Stellen seines Körpers immer noch mit dem Baum in Berührung blieben. Seine Knie ragten in die Höhe und er stützte seine Arme darauf. Meine Beine waren inzwischen fast eingeschlafen und der Stellungswechsel tat mir sehr gut. Nach und nach hatten die Krähen aufgehört zu krechzen, bis man über dem Feld kein Geräusch mehr hörte. Die Stille entnervte mich mehr als das Spektakel der Krähen. Don Juan sprach mich leise an. Er sagte, die Dämmerung sei meine beste Stunde. Er blickte zum Himmel auf. Es mochte nach sechs Uhr sein. Es war ein bewölkter Tag und ich hatte keine Gelegenheit, den Stand der Sonne festzustellen. Aus der Ferne hörte ich Stimmen von Gänsen und vielleicht Ruthähnen. Aber hier auf dem Feld unter den Eukalyptusbäumen gab es keinen Laut. Lange hatten wir weder Vogelgezwitscher noch die Geräusche größerer Insekten gehört. Don Juan und Don Gennaro hielten ihren Körper, soviel ich sah, in vollkommener Reglosigkeit, abgesehen von einigen Sekunden, da sie ihr Gleichgewicht verlagerten, um sich zu entspannen. Nachdem Don Juan und ich zu Boden geglitten waren, machte Don Gennaro eine unverhoffte Bewegung. Er zog die Beine an und hockte sich auf den Baumstumpf. Dann drehte er sich um 45 Grad, sodass ich sein linkes Profil sah. In Erwartung eines Stichworts blickte ich zu Don Juan. Er hob das Kinn. Es war eine Aufforderung, Don Gennaro anzusehen. Allmählich befiel mich eine ungeheure Erregung. Ich konnte mich nicht beherrschen. Meine Eingeweide gerieten durcheinander. Ich konnte genau nachempfinden, was Pablito gefühlt haben mochte, als er Don Juan Sombrero sah. Meine Eingeweide waren in solchem Aufruhr, dass ich aufstehen und ins Gebüsch rennen musste. Hinter mir hörte ich ihr brüllendes Gelächter. Ich wagte nicht, zu ihnen zurückzukehren. Lange zögerte ich. Ich machte mir klar, dass ich durch meinen plötzlichen Ausbruch den Bann gebrochen haben musste. Ich brauchte aber nicht lange zu grübeln. Don Juan und Don Gennaro kamen zu mir herüber. Sie nahmen mich in die Mitte und wir gingen zu einem anderen Feld. Dort blieben wir genau auf der Mitte stehen und ich erkannte, dass wir hier schon am Vormittag gewesen waren. Don Juan wandte sich an mich. Er sagte, ich müsse beweglich und still sein und solle meinen inneren Dialog abstellen. Ich hörte aufmerksam zu. Don Gennaro musste wohl erkannt haben, dass meine ganze Aufmerksamkeit Don Juans Ermahnungen galt, denn er nutzte den Augenblick, um dasselbe zu tun wie in der Frühe. Wieder stieß er seinen entsetzlichen Schrei aus. Er überraschte mich, aber diesmal nicht ganz unvorbereitet. Beinahe sofort gewann ich durch meine Atemübung mein Gleichgewicht wieder. Es war ein furchtbarer Schock und doch hatte er keine längere Wirkung auf mich und so konnte ich Don Gennaros Bewegungen mit den Augen folgen. Ich sah, wie er auf den unteren Ast eines Baumes sprang. Während ich ihn aus einer Entfernung von 25 bis 30 Metern verfolgte, fielen meine Augen einer ungewöhnlichen optischen Täuschung zum Opfer. Es war nicht so, als sei er mit Hilfe der Sprungkraft seiner Muskeln gehüpft. Vielmehr glitt er durch die Luft, teilweise emporgeschnellt durch seinen unheimlichen Schrei und teilweise von irgendwelchen undeutlich erkennbaren Linien gezogen, die von dem Baum ausgingen. Es war so, als habe der Baum ihn durch diese Linien angesaugt. Don Gennaro blieb eine Weile auf dem niedrigen Ast hocken. Er wandte mir sein linkes Profil zu. Nun vollführte er eine Reihe seltsamer Bewegungen. Sein Kopf wackelte, sein Körper zitterte. Mehrmals verbarg er den Kopf zwischen den Knien. Je mehr er sich bewegte und aufbäumte, desto schwerer fiel es mir, meinen Blick auf seinen Körper zu konzentrieren. Er schien sich aufzulösen. Ich blinzelte verzweifelt und dann wechselte ich die Perspektive, indem ich den Kopf nach rechts und nach links bog, wie Don Juan es mich gelehrt hatte. Aus dem linken Gesichtswinkel sah ich Don Gennaros Körper, wie ich ihn nie zuvor gesehen hatte. Es war, als habe er eine Verkleidung angelegt. Er trug ein Pelzkostüm. Das Fell hatte die Färbung einer Siam-Katze von hellem Lederbraun und mit Flecken von dunklerem Schokoladenbraun an den Beinen und auf dem Rücken. Das Kostüm hatte einen langen, dicken Schwanz. In diesem Aufzug sah Don Gennaro aus wie ein pelziges, langbeiniges Krokodil, das auf einem Ast hockte. Seinen Kopf und seine Gesichtszüge konnte ich nicht erkennen. Ich hob den Kopf in eine normale Position. Der Anblick von Don Gennaro in seiner Maskerade blieb unverändert. Don Gennaros Arme zitterten. Er stand auf dem Ast auf und beugte sich irgendwie vor und sprang zu Boden. Der Ast war etwa fünf bis sieben Meter hoch. Soweit ich beurteilen konnte, sah ich den Sprung eines kostümierten Mannes. Ich sah, wie Don Gennaros Körper beinahe den Boden berührte, aber dann vibrierte der dicke Schwanz seines Kostüms und statt zu landen hob er wieder ab, wie von einem lautlosen Düsentriebwerk angeschoben. Er flog über die Bäume hinweg und dann schwebte er knapp über dem Boden dahin. Dies tat er immer wieder. Manchmal hielt er sich an einem Ast fest oder pendelte um einen Baum oder schlängelte sich wie ein Aal durch die Zweige. Und dann umschwebte er uns im Kreise oder schlug mit den Armen in der Luft, während sein Bauch die äußersten Wipfel der Bäume streifte. Don Gennaros Capriolen flößten mir ehrfürchtiges Staunen ein. Ich folgte ihm mit den Augen und zwei oder dreimal nahm ich deutlich wahr, dass er irgendwelche leuchtenden Linien wie Seilzüge benutzte, um von Ort zu Ort zu schweben. Dann überflog er die Baumwipfel im Süden und verschwand. Ich versuchte abzuschätzen, wo er wieder auftauchen mochte, aber er kam nicht mehr zum Vorschein. Dann bemerkte ich, dass ich auf dem Rücken lag und doch wusste ich nichts davon, dass ich meine Blickrichtung verändert hatte. Die ganze Zeit hatte ich gemeint, Don Gennaro aus einer aufrecht stehenden Haltung zu beobachten. Don Juan half mir, mich aufzusetzen, und dann sah ich Don Gennaro, der uns mit fröhlichem Gesicht entgegenkam. Er lächelte bescheiden und fragte mich, wie sein Flug mir gefallen habe. Ich versuchte etwas zu antworten, aber ich war sprachlos. Don Gennaro wechselte mit Don Juan einen vielsagenden Blick und nahm wieder eine hockende Haltung ein. Er beugte sich vor und flüsterte mir etwas ins linke Ohr. Ich hörte ihn sagen, warum kommst du nicht mit und fliegst mit mir? Dies wiederholte er fünf oder sechs Mal. Don Juan trat neben mich und flüsterte mir ins rechte Ohr und sagte, sag nichts, folge Gennaro einfach. Ach, Don Gennaro hieß mich in die Hocke gehen und flüsterte mir wieder etwas zu. Ich hörte ihn mit glasklarer Präzision. Er wiederholte den Satz etwa zehnmal. Er sagte, vertrau dem Nagual. Das Nagual wird dich tragen. Dann flüsterte Don Juan einen anderen Satz in mein rechtes Ohr. Er sagte, ändere dein Fühlen. Ich hörte die beiden gleichzeitig zu mir sprechen, aber ich konnte auch jeden Einzelnen hören. Jeder von Don Gennaros Sätzen handelte ganz allgemein vom Durch-die-Luft-Schweben. Die Sätze, die er dutzende Male wiederholte, schienen sich in mein Gedächtnis einzugraben. Don Juans Worte hingegen hatten etwas mit spezifischen Befehlen zu tun, die er zahllose Male wiederholte. Die Wirkung dieser doppelten Einflüsterung war ganz außerordentlich. Es war, als ob die einzelnen Klänge ihrer Worte mich entzweispalteten. Schließlich war der Abstand zwischen meinen beiden Ohren so weit, dass ich jegliches Gefühl körperlicher Einheit verlor. Da gab es zwar irgendetwas, das zweifellos ich war, aber es war nichts Festes. Eher war es wie ein leuchtender Nebel, eine gelblich-dunkle Wolke, die Gefühle hatte. Don Juan sagte mir, er werde mich für das Fliegen formen. Nun hatte ich die Empfindung, dass diese Worte wie Zangen wirkten, die meine Gefühle bogen und formten. Don Gennaros Worte waren eine Aufforderung, ihm zu folgen. Ich fühlte, dass ich wollte, aber ich konnte nicht. Die Spaltung war so stark, dass ich wie gelähmt war. Ich hörte, wie sie die gleichen kurzen Sätze endlos wiederholten. Sätze wie, schau, wunderbare, fliegende Gestalt. Spring, spring. Deine Beine werden die Baumwipfel streifen. Die Eukalyptusbäume sind wie grüne Tupfen. Die Würmer sind Lichter. Irgendwann setzte etwas in mir aus, vielleicht das Bewusstsein, das auf mich eingeredet wurde. Ich spürte, dass Gennaro noch immer bei mir war, aber was meine Wahrnehmung betraf, so konnte ich nur eine ungeheure Masse ganz erstaunlicher Lichter erkennen. Manchmal nahm ihr Funkeln ab und manchmal wurden die Lichter intensiver. Ich erlebte auch eine Art Bewegung. Der Effekt war, als ob ich von einem Vakuum angesaugt würde, das mich nicht zur Ruhe kommen ließ. Immer wenn meine Bewegung nachzulassen schien und ich endlich meine Aufmerksamkeit auf die Lichter richten konnte, zog das Vakuum mich weiter fort. Irgendwann, mitten im Hin- und Hergezogensein, erlebte ich die äußerste Konfusion. Die Welt um mich her, wie immer sie beschaffen sein mochte, strebte mir entgegen und wich gleichzeitig von mir fort. Daher der Vakuum-Effekt. Ich konnte zwei getrennte Welten sehen, eine, die sich von mir entfernte, und die andere, die sich mir näherte. Dies nahm ich nicht in der Weise wahr, wie man eigentlich meinen sollte. Das heißt, ich gewahrte es nicht als etwas mir bisher Verborgenes. Vielmehr hatte ich zwei Wahrnehmungen, ohne dass ein logischer Schluss die Verbindung hergestellt hätte. Danach schwächten sich meine Wahrnehmungen ab. Entweder verloren sie an Präzision, oder es waren ihrer zu viele. Ich konnte sie nicht mehr auseinanderhalten. Der nächste Schub unscheinbarer Wahrnehmungen war eine Reihe von Geräuschen, die am Ende eines langen, schlauchartigen Gebildes entstanden. Der Schlauch war ich selbst. Und die Geräusche machten Don Juan und Don Gennaro, die wieder in meine beiden Ohren sprachen. Je länger sie sprachen, desto kürzer wurde der Schlauch, bis die Geräusche in einem erkennbaren Bereich lagen. Das heißt, die Klänge von Don Juan und Don Gennaros Worten erreichten meinen normalen Wahrnehmungsbereich. Zuerst waren die Geräusche als Lärm erfahrbar, dann als geschriene Wörter und schließlich als mir ins Ohr geflüsterte Wörter. Als nächstes nahm ich Dinge der vertrauten Umwelt wahr. Offensichtlich lag ich mit dem Gesicht nach unten am Boden. Ich konnte einzelne Erdklumpen, steinchengetrocknete Blätter unterscheiden und dann gewahrte ich das Feld mit den Eukalyptusbäumen. Don Juan und Don Gennaro standen neben mir. Es war noch immer hell. Ich spürte, dass ich ins Wasser gehen musste, um mich wieder zu stärken. Ich lief zum Bach, zog mich aus und blieb lange genug im Wasser, um das Gleichgewicht meiner Wahrnehmungen wiederherzustellen. Sobald wir beim Haus anlangten, ging Don Gennaro fort. Im Gehen klopfte er mir leicht auf die Schulter. Im Reflex sprang ich zur Seite. Ich erwartete, seine Berührung werde schmerzhaft sein. Zu meiner Verwunderung war es nur ein freundschaftliches Schulterklopfen. Don Juan und Don Gennaro lachten wie zwei Kinder, denen ein Streich gelungen war. Sei nicht so schreckhaft, sagte Don Gennaro. Das Nagual hat es nicht immer auf dich abgesehen. Er schmatzte mit den Lippen, als missbilligte er meine übertriebene Reaktion und bereitete mit einer offenherzigen kameradschaftlichen Geste die Arme aus. Ich umarmte ihn. Sehr freundlich und herzlich klopfte er mir den Rücken. Du musst nur in gewissen Augenblicken auf das Nagual achten, sagte er. Die übrige Zeit bist du wie alle anderen Menschen dieser Welt. Er schaute Don Juan an und lächelte ihm zu. Ist es nicht so, Juancho? fragte er, wobei er das Wort Juancho betonte, einen witzigen Spitznamen für Juan. So ist's, Gerancho, antwortete Don Juan, das Wort Gerancho erfindend. Die beiden brachen in schallendes Gelächter aus. Ich muss dich warnen, sagte Don Juan zu mir. Du musst dich in äußerster Wachsamkeit üben, um sicher zu sein, wann ein Mensch ein Nagual ist und wann er einfach nur ein Mensch ist. Du könntest sterben, wenn du in direktem physischen Kontakt mit dem Nagual kämst. Don Juan wandte sich zu Gennaro um und fragte mit strahlendem Lächeln. Ist's nicht so, Juancho? Absolut, so ist es, Juancho, erwiderte Gennaro und wieder lachten die beiden. Ihre kindliche Ausgelassenheit berührte mich stark. Die Ereignisse des Tages hatten mich erschöpft und ich war sehr gefühlsselig. Eine Welle des Selbstmitleides überflutete mich. Mir kamen die Tränen, während ich mir dauernd wiederholte, dass das, was immer sie mit mir angestellt haben mochten, nicht wieder rückgängig zu machen und höchstwahrscheinlich schädlich für mich sei. Don Juan schien meine Gedanken zu lesen und schüttelte ungläubig den Kopf. Er lachte. Ich strengte mich an, um meinen inneren Dialog abzustellen und mein Selbstmitleid verschwand. Gennaro ist sehr herzlich, bemerkte Don Juan, nachdem Don Gennaro gegangen war. Es war die Absicht der Kraft, dass du einen freundlichen Wohltäter finden solltest. Ich wusste nichts zu sagen. Die Vorstellung, dass Don Gennaro mein Wohltäter war, beunruhigte mich ohne Unterlass. Ich wollte, dass Don Juan mir mehr darüber sagte. Er schien nicht zum Sprechen aufgelegt. Er schaute zum Himmel hinauf, wo sich die dunkle Silhouette einiger Bäume neben dem Haus abzeichnete. Er setzte sich mit dem Rücken gegen einen dicken, gegabelten Pfosten, der nicht weit vor der Tür eingelassen war, und forderte mich auf, links neben ihm Platz zu nehmen. Ich setzte mich neben ihn. Er zog mich am Ärmel näher zu sich, bis ich seine Schulter berührte. Er sagte, diese Nachtstunde sei gefährlich für mich, besonders bei einer solchen Gelegenheit. Mit ganz ruhiger Stimme gab er mir eine Reihe von Anweisungen. Wir durften uns nicht von der Stelle rühren, bis er die Zeit vergekommen halte. Wir müssten immer weiter sprechen, gleichmäßig und ohne Unterbrechungen, und ich müsse atmen und blinzeln, als ob ich das Nagual sehe. Ist das Nagual in der Nähe? fragte ich. Gewiss, sagte er und lachte. Ich schmiegte mich buchstäblich an Don Juan. Er fing an zu sprechen und drängte mich doch tatsächlich diesmal aus Herzenslust, Fragen zu stellen. Er reichte mir sogar mein Schreibzeug, als ob ich in der Dunkelheit hätte schreiben können. Er behauptete, ich müsse unbedingt so gelassen und normal wie möglich sein, und es gäbe kein besseres Mittel, mein Tonal zu stärken, als das Notizenmachen. Er stellte die ganze Sache als sehr bedenklich dar. Er sagte, wenn das Notizenmachen meine innere Wahl sei, dann müsse ich es auch in völliger Dunkelheit tun können. Es lag eine leichte Drohung in seiner Stimme, als er sagte, ich könne das Notizenmachen in die Aufgabe eines Kriegers verwandeln, und in diesem Fall wäre die Dunkelheit kein Hindernis. Irgendwie mochte er mich überzeugt haben, denn es gelang mir, Teile unseres Gesprächs mitzukritzeln. Es drehte sich hauptsächlich um Don Gennaro als meinen Wohltäter. Ich war neugierig zu erfahren, wann Don Gennaro mein Wohltäter geworden war, und Don Juan forderte mich auf, mich an einen angeblich außergewöhnlichen Vorgang zu erinnern, der sich an jenem Tag ereignet habe, als ich Don Gennaro traf und er ein gutes Omen gewesen war. Ich konnte mich an nichts dergleichen erinnern. Ich fing an, das damalige Erlebnis nachzuerzählen. Soweit ich mich erinnern konnte, war es eine ganz alltägliche, beiläufige Begegnung, die im Frühling 1968 stattgefunden hatte. Don Juan unterbrach mich. Wenn du dumm genug bist, dich nicht zu erinnern, lassen wir es lieber dabei bewenden. Ein Krieger folgt stets dem Diktum der Kraft. Es wird dir wieder einfallen, wenn es notwendig sein wird. Don Juan sagte, es sei eine schwierige Sache, einen Wohltäter zu finden. Als Beispiel führte er den Fall seines eigenen Lehrlings Eligio an, der viele Jahre bei ihm gewesen war. Eligio, sagte er, habe keinen Wohltäter finden können. Ich fragte ihn, ob Eligio noch einmal einen finden werde. Er antwortete, es sei ganz unmöglich, die Launen der Kraft vorherzusagen. Er erinnerte mich darin, wie wir vor Jahren einer Gruppe von jungen Indianern begegnet waren, die durch die Wüste Nordmexikos streiften. Er sagte, er habe gesehen, dass keiner von ihnen einen Wohltäter hatte und dass die Umgebung insgesamt und die Stimmung des Augenblicks gerade richtig waren, damit er ihnen behilflich sein und ihnen das Nagual zeigen konnte. Er sprach von einer Nacht, als einmal vier junge Männer und ich um ein Feuer saßen, während Don Juan etwas tat, das mir als ein ungewöhnliches Schauspiel vorkam und wobei er anscheinend jedem von uns in einer anderen Verkleidung erschienen war. Diese Burschen hatten eine Menge Ahnung, sagte er. Du warst das einzige Greenhorn unter ihnen. Was geschah später mit ihnen? fragte ich. Einige von ihnen haben einen Wohltäter gefunden, antwortete er. Don Juan sagte, dass es die Pflicht eines Wohltäters sei, seinem Schützling der Kraft zuzuführen und dass der Wohltäter dem Novizen seine persönliche Art vermittele, und zwar ebenso sehr, wenn nicht noch mehr als der Lehrer. Nach einer kurzen Gesprächspause hörte ich ein eigenartig kratzendes Geräusch hinter dem Haus. Don Juan packte mich am Arm, fast wollte ich in einer Schreckreaktion aufspringen. Bevor das Geräusch ertönte, war unser Gespräch mir als Selbstverständlichkeit vorgekommen, aber als dann eine Pause eintrat und einen Momentschweigen herrschte, war das merkwürdige Geräusch hereingeplatzt. In diesem Augenblick hatte ich die Gewissheit, dass unsere Unterhaltung ein ganz außerordentliches Ereignis war. Ich hatte das Gefühl, dass Don Juans und meine Worte wie eine Trennwand gewirkt hatten, die nun zerbrach und dass jenes kratzende Geräusch draußen herumgeschlichen war und auf eine Chance gewartet hatte, um sich hereinzudrängen. Don Juan befahl mir, gesammelt sitzen zu bleiben und nicht auf die Umgebung zu achten. Das kratzende Geräusch erinnerte mich an das Rascheln einer auf hartem Boden dahin kriechenden Schildkrötenschlange. Im selben Moment, als mir dieser Vergleich einfiel, hatte ich auch die visuelle Vision eines Nagetiers wie jenes, das Don Juan mir auf seiner hohlen Hand gezeigt hatte. Mir war, als ob ich einschläfe und meine Gedanken sich in Bilder oder Träume verwandelten. Ich begann mit meiner Atemübung und hielt mir mit geballten Fäusten den Leib. Don Juan sprach weiter, aber ich hörte nicht zu. Meine Aufmerksamkeit galt dem leisen Rascheln des schlangenartigen Wesens, das über trockenes Laub zu gleiten schien. Bei dem Gedanken, eine Schlange könnte über mich hinwegriechen, befiel mich Panik und ich hatte eine heftige physische Reaktion. Unwillkürlich streckte ich meine Füße unter Don Juans Beine und atmete und blinzelte wie verrückt. Jetzt hörte ich das Geräusch so nah, dass es nur noch ein paar Schritte entfernt zu sein schien. Meine Panik stieg. Don Juan sagte beruhigend, die einzige Möglichkeit, das Nagual abzuwehren, bestehe darin, sich nicht beeindrucken zu lassen. Er befahl mir, meine Beine auszustrecken und nicht auf das Geräusch zu achten. Nachdrücklich verlangte er, ich solle schreiben oder Fragen stellen und mich anstrengen, um nicht zu unterliegen. Nach einem heftigen inneren Kampf fragte ich ihn, ob etwa Don Gennaro das Geräusch machte. Er sagte, es sei das Nagual und ich dürfe die beiden nicht verwechseln. Gennaro sei der Name des Tonal. Dann sagte er noch etwas, aber ich verstand ihn nicht. Irgendetwas umkreiste das Haus und ich konnte mich nicht auf das Gespräch konzentrieren. Er befahl mir, eine äußerste Anstrengung zu unternehmen. Irgendwann stellte ich fest, dass ich dummes Zeug über meine eigene Wertlosigkeit plapperte. Dann hatte ich einen Angstanfall, der in einem Zustand großer Klarheit umschlug. Nun, sagte Don Juan, ich dürfe ruhig in die Nacht horchen. Aber es war kein Geräusch mehr zu hören. Das Nagual ist weg, sagte Don Juan und stand auf und ging ins Haus. Er zündete Don Gennaros Petroleumlampe an und bereitete uns etwas zu essen. Wir aßen schweigend. Ich fragte ihn, ob das Nagual zurückkommen werde. Nein, sagte er mit ernstem Gesicht. Es hat dich nur auf die Probe gestellt. Um diese Nachtstunde, kurz nach der Dämmerung, solltest du dich immer mit irgendetwas beschäftigen, egal womit. Es ist nur eine kurze Spanne, vielleicht eine Stunde, aber in deinem Fall eine tödliche Stunde. Heute Abend versuchte das Nagual dich zum Straucheln zu bringen, aber du warst stark genug, um seinen Angriff abzuwehren. Einmal bist du ihm unterlegen und ich musste deinen Körper mit Wasser begießen, aber diesmal hast du es gut gemacht. Ich bemerkte, das Wort Angriff gebe dem ganzen Anklang von Gefahr. Anklang von Gefahr? Komische Ausdrucksweise, sagte er. Ich will dir keine Angst einjagen. Die Taten des Nagual sind tödlich. Das habe ich dir bereits gesagt. Und auch Gennaro will dir keinen Schaden zufügen. Im Gegenteil, seine Sorge um dich ist makellos. Aber wenn du nicht genug Kraft hast, um die Attacke des Nagual zu parieren, dann bist du tot. Mit oder ohne meine Hilfe oder Gennaros Fürsorge. Nachdem wir gegessen hatten, setzte Don Juan sich neben mich und schaute mir über die Schulter auf meine Aufzeichnungen. Ich sagte mir, ich werde wahrscheinlich Jahre brauchen, um mir über alles klar zu werden, was mir heute widerfahren war. Aber ich wusste, dass ich von Wahrnehmungen überflutet worden war, die ich nie hoffen durfte, zu verstehen. Wenn du nichts verstehst, dann bist du groß in Form, sagte er. Nur wenn du verstehst, bist du in der Patsche. Dies gilt natürlich nur von dem Standpunkt des Zauberers. Vom Standpunkt des normalen Menschen aus betrachtet, gehst du unter, wenn du etwas nicht verstehst. In deinem Fall möchte ich meinen, würde der normale Mensch sagen, dass du Bewusstseinsgespalten bist oder, dass dein Bewusstsein sich zu spalten beginnt. Ich lachte über seine Wortwahl. Ich wusste, dass er es mir mit diesem Begriff der Bewusstseinsspaltung heimzahlte. Ich hatte ihn vor einiger Zeit im Zusammenhang mit meinen Befürchtungen gebraucht. Ich versicherte ihm, dass ich diesmal zu dem, was ich durchgemacht hatte, keine Fragen stellen würde. Ich habe nie etwas gegen das Sprechen gehabt, sagte er. Wir können über das Nagual sprechen, so viel du willst, solange du nicht versuchst, es zu erklären. Wenn du dich richtig erinnerst, so sagte ich dir, dass das Nagual nur dazu da ist, um erlebt zu werden. Wir können also ohne weiteres darüber sprechen, was wir erleben und wie wir es erleben. Du möchtest aber eine Erklärung darüber hören, wie denn all dies möglich sei. Und das ist ein Unding. Du möchtest das Nagual durch das Tonal erklären. Das ist töricht, besonders in deinem Fall. Denn du kannst dich nicht mehr auf deine Unwissenheit berufen. Du weißt sehr gut, dass wir deshalb vernünftig reden, weil wir dabei gewisse Grenzen einhalten. Und diese Grenzen gelten nicht nur für das Nagual. Ich versuchte, diesen Punkt zu klären. Es war ja nicht einfach so, dass ich alles unter rationalen Gesichtspunkten erklären wollte, sondern mein Verlangen nach Erklärung rührte von meinem Bedürfnis her, bei all den furchtbaren Attacken chaotischer Reize und Wahrnehmungen, die mir zuteil geworden waren, eine innere Ordnung zu bewahren. Don Juan meinte, ich verteidige einen Standpunkt, an den ich selbst nicht glaubte. Du weißt verdammt gut, dass du dich gehen lässt, sagte er. Aber innere Ordnung bewahren heißt, ein perfektes Tonal zu sein. Aber ein perfektes Tonal sein bedeutet, alles zu wissen, was auf der Insel des Tonal stattfindet. Aber das weißt du nicht. Dein Argument von der Aufrechterhaltung der inneren Ordnung ist also unwahr. Du führst es nur an, um Recht zu behalten. Darauf wusste ich nichts zu sagen. Don Juan beruhigte mich ein wenig, indem er sagte, es bedürfe eines gewaltigen Kampfes, um die Insel des Tonal leer zu fägen. Dann forderte er mich auf, ihm alles zu erzählen, was ich bei meiner zweiten Sitzung mit dem Nergual wahrgenommen hätte. Nachdem ich geendet hatte, meinte er, Was ich als pelziges Krokodil wahrgenommen hätte, sei eine kleine Probe von Don Gennaros Humor. Wie schade, dass du so schwerfällig bist, sagte er. Du klammerst dich immer an deine Verwirrung und dadurch entgeht dir Gennaros wirkliche Kunst. Wusstest du etwas von seinem Kostüm, Don Juan? Nein, das Schauspiel war nur für dich. Was hast du gesehen? Heute sah ich nichts anderes als die Bewegung des Nagual, wie es durch die Bäume schwebte und uns umkreiste. Jeder, der sieht, kann das erkennen. Aber wie ist es mit jemandem, der nichts sieht? Er würde nichts erkennen, vielleicht nur Bäume, durch die der Wind fährt. Wir interpretieren jede unbekannte Ausdrucksform des Nagual als etwas Bekanntes. In diesem Fall könnte man das Nagual als Windstoß interpretieren, der die Blätter schüttelt oder sogar als seltsames Licht, vielleicht als einen ungewöhnlich großen Leuchtkäfer. Drängt man jemanden, der nichts sieht, zu einer Antwort, dann sagt er vielleicht, dass er etwas zu sehen glaubte, sich aber nicht recht erinnern kann, was es war. Das ist nur zu natürlich, der Mann würde ganz vernünftig reden, immerhin, seine Augen hätten ja nichts Ungewöhnliches entdeckt. Da sie die Augen des Tonals sind, müssen sie sich auf die Welt des Tonals beschränken, und in dieser Welt gibt es nichts umwerfend Neues, jedenfalls nichts, was nicht für die Augen erkennbar und für das Tonal erklärbar wäre. Ich befragte ihn nach den ungeahnten Wahrnehmungen, die ihr Geflüster in meinen Ohren bewirkt hatte. Das war das Beste an der ganzen Sache, sagte er. Auf den Rest könnte man verzichten, aber dies war die Krönung des Tages. Die Regel verlangt, dass der Wohltäter und der Lehrer diesen letzten Eingriff vornehmen. Die allerschwierigste Tat. Der Lehrer wie der Wohltäter müssen makellose Krieger sein, um das Unterfangen, einen Mann zu spalten, auch nur zu versuchen. Du weißt nichts davon, denn dies ist dir noch nicht zugänglich, aber wiederum ist die Kraft nachsichtig mit dir gewesen. Gennaro ist der makelloseste Krieger, den es gibt. Warum ist das Spalten eines Menschen eine große Tat? Weil es gefährlich ist. Du hättest sterben können wie eine Fliege oder, noch schlimmer, vielleicht wäre es nicht einmal gelungen, dich wieder zusammenzusetzen und du wärst auf dieser Gefühlsebene geblieben. War es notwendig, dies mit mir zu machen, Don Juan? Es gibt einen gewissen Zeitpunkt, wo das Nagual dem Lehrling ins Ohr flüstern und ihn spalten muss. Was bedeutet das, Don Juan? Um ein normales Tonal zu sein, muss der Mensch eine Einheit sein. Sein ganzes Sein muss der Insel des Tonal angehören. Ohne diese Einheit würde der Mann verrückt. Ein Zauberer hingegen muss diese Einheit aufbrechen, aber ohne sein eigenes Sein in Gefahr zu bringen. Das Ziel eines Zauberers ist es, zu überdauern. Das heißt, er nimmt keine unnötigen Risiken auf sich. Daher verbringt er Jahre damit, seine Insel leer zu fägen, bis ein Augenblick kommt, da er sich bildlich gesprochen davon stehlen könnte. Das Entzweispalten eines Menschen ist die Pforte für eine solche Flucht. Die Spaltung, das Gefährlichste, was du je überstanden hast, war bei dir glatt und einfach. Das Nagual hat dich meisterhaft geführt. Glaube mir, nur ein makelloser Krieger vermag das zu tun. Ich habe mich sehr für dich gefreut. Don Juan legte mir die Hand auf die Schulter und ich spürte, ein ungeheures Bedürfnis zu weinen. Nähere ich mich dem Punkt, da wir uns nicht mehr sehen werden? fragte ich. Er lachte und schüttelte den Kopf. Du lässt dich gehen wie ein Hans Wurst, sagte er. Immerhin, das tun wir alle. Wir tun's bloß in verschiedenen Formen. Manchmal lasse auch ich mich gehen. Bei mir ist es das Gefühl, dass ich dich verhätschele und schwach mache. Ich weiß, dass Gennaro bei Pablito dasselbe Gefühl hat. Er hätschelt ihn wie ein Kind. Aber so hat es die Kraft nun einmal eingerichtet. Gennaro gibt Pablito alles, was er zu geben hat. Und man darf nicht wünschen, dass er etwas anderes täte. Man darf einen Krieger nicht dafür kritisieren, dass er sein makellos Bestes tut. Er schwieg eine Weile. Ich war zu nervös, um ruhig sitzen zu bleiben. Was meinst du, geschah mit mir, als ich meinte, ich würde von einem Vakuum aufgesaugt? fragte ich. Du schwebtest, sagte er wie selbstverständlich. Durch die Luft? Nein. Für das Nagual gibt es nicht Land oder Luft oder Wasser. Das kannst du nun selbst bestätigen. Zweimal warst du in dieser Vorhülle. Und du warst erst an der Pforte des Nagual. Du hast mir gesagt, alles, was dir wieder fuhr, sei ungeahnt neu gewesen. Also schwebt oder fliegt das Nagual oder, was es auch tun mag, in der Zeit des Nagual. Und diese hat nichts mit der Zeit des Tonal zu tun. Zwischen den beiden gibt es keine Übereinstimmung. Während Don Quang sprach, lief ein Zittern durch meinen Körper. Mein Kinn fiel nach unten und mein Mund öffnete sich unwillkürlich. Meine Ohren taten sich auf und ich hörte ein kaum wahrnehmbares Flirren oder Vibrieren. Als ich Don Quang meine Empfindungen schilderte, merkte ich, dass, wenn ich sprach, so klang, als spräche jemand anderes. Es war eine höchst eigenartige Sensation, die darin gipfelte, dass ich hörte, was ich sagen wollte, noch bevor ich es gesagt hatte. Mein linkes Ohr war eine Quelle außerordentlicher Sinneswahrnehmungen. Ich hatte das Gefühl, als ob es besser und exakter hörte als mein rechtes Ohr. Es steckte irgendetwas in ihm, was zuvor nicht da gewesen war. Und wenn ich Don Juan, der rechts von mir saß, das Gesicht zuwandte, dann wurde mir bewusst, dass ich rund um dieses Ohr einen Bereich ganz klarer akustischer Wahrnehmung hatte. Es war ein physikalischer Raum, ein Bereich innerhalb, dessen ich alles mit unglaublicher Klangschärfe hörte. Indem ich den Kopf drehte, konnte ich die Umgebung mit dem Ohr abtasten. Das hat das Flüsterndes Nagual bei dir bewirkt, sagte Don Juan, als ich ihm meine Sinneswahrnehmung schilderte. Dieses Phänomen wird von nun an nun manchmal kommen und dann wieder verschwinden. Fürchte dich nicht davor oder für irgendwelchen ungewöhnlichen Empfindungen, die du von nun an haben magst. Aber vor allem lass dich nicht gehen und beschäftige dich nicht zwanghaft mit diesen Sensationen. Ich weiß, es wird dir gelingen. Der Zeitpunkt deiner Spaltung war richtig. Die Kraft hat alles eingerichtet. Jetzt hängt alles von dir ab. Wenn du stark genug bist, wirst du den Schock, gespalten zu sein, ertragen. Aber wenn du ihn nicht bestehen kannst, dann wirst du zugrunde gehen. Du wirst verwelken, abmagern, blass, gedankenleer, reizbar, still werden. Hättest du mir vor Jahren gesagt, meinte ich, was du und Gennaro vorhabt, dann hätte ich genug, er hob die Hand und ließ mich nicht ausreden. Das ist ein sinnloser Spruch, sagte er. Du hast mir vor Jahren einmal gesagt, dass du schon längst ein Zauberer wärst, wenn nicht dein Starrsinn und deine Vorliebe für rationale Erklärungen wären. Aber ein Zauberer zu sein bedeutet in deinem Fall, dass du deinen Starrsinn und deine Sucht nach rationalen Erklärungen, die dir im Wege stehen, überwindest. Andererseits sind diese Fehler gerade dein Weg zur Kraft. Du kannst nicht behaupten, dass die Kraft dir zufließen würde, wenn dein Leben anders wäre. Gennaro und ich müssen ebenso handeln wie du, innerhalb gewisser Grenzen. Diese Grenzen zieht die Kraft und ein Krieger ist gewissermaßen ein Gefangener der Kraft, ein Gefangener, dem eine Freiheit bleibt. Die Freiheit, entweder wie ein makelloser Krieger zu handeln oder wie ein Esel zu handeln. Letzten Endes ist der Krieger vielleicht kein Gefangener, sondern ein Sklave der Kraft, denn diese Freiheit ist für ihn keine Freiheit mehr. Gennaro kann nicht anders handeln als makellos. Handelte er wie ein Esel, dann würde es ihn auszehren und seinen Tod herbeiführen. Du fürchtest dich deshalb für Gennaro, weil er das Mittel der Furcht benutzen muss, um dein Tonal schrumpfen zu lassen. Dein Körper weiß das, wie wohl deine Vernunft vielleicht nicht, aber daher will dein Körper davonrennen jedes Mal, wenn Gennaro erscheint. Ich warf ein, dass ich gern wissen würde, ob Don Gennaro mich absichtlich zu erschrecken versucht habe. Das Nagual, sagte er, mache seltsame Dinge. Dinge, die nicht vorhersehbar seien. Als Beispiel führte er an, was am Vormittag zwischen uns geschehen war, als er mich daran hinderte, über die linke Schulter nach dem auf dem Baum sitzenden Don Gennaro zu schauen. Er wisse wohl, sagte er, was sein Nagual getan hatte, obwohl er dies unmöglich im Voraus habe wissen können. Er erklärte den Vorfall folgendermaßen, meine plötzliche Bewegung nach links sei ein Schritt hin zu meinem Tod gewesen, den mein Tonal absichtlich als selbstmörderischen Sprung versuchte. Diese Bewegung habe sein Nagual auf den Plan gerufen und die Folge sei gewesen, dass ein Teil von ihm auf mich gefallen sei. Unwillkürlich äußerte ich meine Bestürzung. Deine Vernunft sagt dir schon wieder, dass du unsterblich bist, sagte er. Was meinst du damit, Don Juan? Ein unsterbliches Wesen hat alle Zeit auf Erden für Zweifel und Verwirrung und Angst. Ein Krieger hingegen kann sich nicht an die nach der Ordnung des tonal getroffenen Sinnesgebungen klammern, denn er weiß gewiss, dass der Ganzheit seines Selbst nur kurze Zeit auf Erden beschieden ist. Ich erhob einen ernsthaften Einwand. Meine Zweifel und Ängste und meine Verwirrung fanden nämlich nicht auf bewusster Ebene statt und wie sehr ich auch versuchte, sie zu kontrollieren, jedes Mal, wenn ich es mit Don Juan und Don Gennaro zu tun hatte, kam ich mir hilflos vor. Ein Krieger darf nicht hilflos sein, sagte er, oder verwirrt oder ängstlich, unter keinen Umständen. Ein Krieger hat nur Zeit für seine Makellosigkeit. Alles andere zehrt seine Kraft auf. Makelloses Tun lädt sie wieder auf. Damit sind wir wieder bei der alten Frage, Don Juan. Was ist Makellosigkeit? Ja, da sind wir wieder bei deiner alten Frage und folglich sind wir wieder bei meiner alten Antwort. Makellos handeln heißt, dein Bestes zu tun, ganz egal, was du tust. Aber, Don Juan, mir geht es doch darum, dass ich stets den Eindruck habe, ich täte mein Bestes und offensichtlich tue ich es doch nicht. Es ist nicht so kompliziert, wie du es darstellst. Der Schlüssel zu all diesen Fragen nach der Makellosigkeit ist das Gefühl, Zeit zu haben oder keine Zeit zu haben. Als Faustregel mag gelten, wenn du dich wie ein unsterbliches Wesen fühlst, das alle Zeit auf Erden hat und dementsprechend handelt, dann bist du nicht makellos. In solchen Momenten solltest du dich umdrehen, in die Runde schauen und dann wirst du erkennen, dass dein Gefühl, Zeit zu haben, töricht ist. Auf dieser Erde gibt es keine Überlebenden.